Applaus Schweiger serviert. Der Aktiono bayerische Einzelmeistermeister. Dritter im Heimdoppel mit Daniel Rinderer am Letzten. Dritter im Heimdoppel. Und demnächst im Trikot der Winsbacher. Nächster Hübscher. Schiller Wehr. Und Peter Husnick. Applaus Und damit ist schon erklärt, warum Bayern München absteigen wird. Verletzungsprobleme eine ganze Saison lang. Einige aus der dritten zu aus der zweiten. Und das reicht nicht für die dritte Bundesliga. Obwohl, insbesondere für durchaus sehr ansprechend das Tisch des Spiels. Die anderen natürlich auch. Aber wie gesagt. In der dritten Bundesliga hin, das mal die Tiervergleichen werden. Dann sind das schon andere. Ballwechsel. Danke, danke. Ich wollte nur denen die Sicht nicht versperren. Jetzt könnte ich wieder böse sein und sagen, wenn man den Lung Guno genau aus Herrn Schläger spielt, dann stimmen die Reflexe. Ja, aber natürlich müssen wir auch richtig stehen und ein Auge haben für die Situation, für die Bewegung. Pfui, Pfui. Sagen die Menschen. Ja, brauche auch. Komm mal. Konzentrieren. Beide. Komm. 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 Sieben. Komm. 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 Den Ball hat er in diesem Satz schon einmal geübt, der musste jetzt kommen. In der Fachsprache heißt das Satz geklaut, bis 9 geführt und dann keinen Punkt mehr gemacht.